Mit den Attraktionen des Pizoll-Debiet gehört unter anderem der Pizoll-Panoramahöheweg. Der fährt auf 2200 Meter in einer relativ flachen Ebenengelände, sodass er auch für Familien sehr gut geeignet ist. Dann kann man aus Schlittlen oder auf dem Wansersee die höchstgelegene, präparierte Naturreisbahn benutzen, was vor allem für Familien natürlich ein Riesenplausch ist. Der Pizoll war schon mit dem Anfang des Wintersports der Hausberg von den Zürcher und St. Galler und man ist auch heute innerhalb einer Stunde von Zürich oder St. Gallen aus an den Talstationen von Pizoll und kommt dann direkt auf ins Skigebiet. Die Pizollbahnen haben im Sommer 16 gross investieren dürfen. Wir haben 11 Millionen Euro in eine neue Sechser-Sesselbahn investiert und dazu noch in Beschneiungsanlagen auf der Bad Ragazza Seite, wo wir den tiefsten Punkt im Skigebiet jetzt neu beschneien können. Bergbahnen haben prinzipiell ein hohes Risiko, so auch bei Zollbahnen. Wir transportieren mit unseren 11 Anlagen viele hunderttausend Gäste am Berg. Und da kann natürlich auch immer etwas passieren. Und da ist es einfach wichtig, dass wir einen guten Partner haben. Bei uns ist es natürlich die Helvetia-Versicherung, die uns unterstützt, wenn einmal etwas an den Erwartungen geht. Bei Zollbahnen haben wir unser All-Risk-Versicherungsprodukt für Sachversicherung angewarten. Das ist ein Produkt, das speziell für Bergbahnen erweitert wurde, damit man auch wirklich nichts vergisst, wo man auch Betriebsunterbrüche deckt, die für solche Unternehmen, gerade auch im Maschinenbrauch, sehr wichtig ist. Die sind ja sehr abhängig von den saisonalen Bedingungen. Und wenn in diesem Moment etwas passiert, dann können wir dort die Hand bieten. Für mich ist der Schlüssel in einer Kundenbeziehung, dass man Vertrauen hat zueinander, damit man weiss, dass wir auf den Kunden zugehen können und der Kunde auch auf uns zukommen kann. Und auch im Schadenfall, dass man wirklich offen reden kann, dass man auch die bestmögliche Ziele erreichen kann. Bei der Zollbahnen haben wir schon seit Jahren eine Helvetia-Göndele im Betrieb. Das ist ein Erwachsener aus einer guten Partnerschaft, die wir pflegen. Die Helvetia sagt, wir unterstützen die Zollbahnen auch mit Werbung auf der Göndele, die bei uns auf der Wangsenseite fährt. Und da sind wir sehr dankbar dafür, weil da zeigt man auch die Verbundenheit, die wir zwischen den Versicherern und den Pizzolbahnen haben.